Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Na, so schlimm sieht es gar nicht aus. Aktuell, der DAX, der ist mit einem Gap schon heute in den Tag gestartet. Das ist die gute Nachricht und hat auch das Ganze mehr oder weniger bisher noch gehalten. Zumindest nur bis zum Eröffnungskurs. Ein bisschen tiefer sind wir da jetzt gerade. Aber das ist noch kein Drama. Wir sehen uns das hier mal im 4-Stunden-Chart an. Dann seht ihr, wir hatten gesagt, ja, entweder geht es direkt darunter. Das wäre Variante 1, Variante Flat. Kommt euch komisch vor vielleicht der Name, aber das ist so dieses Verhaltensmuster. Das nennt man gerne Flat. Dann geht das hier hinten in einem Schwung runter, Variante 1. Statistisch gesehen ein bisschen häufiger als das, was ich euch jetzt alternativ zeige. Das ist nämlich ein Double Sideways. Ist nahezu identisch. Jetzt müssen wir noch gucken, dass ich das hinschieben kann hier. Nahezu identisch, nur dass irgendwie so der hintere Teil dreiwellig ist. Ja, da ist eine Unterbrechung dabei. Und in dieser Unterbrechung geht er halt korrektiv normalerweise in die Gegenrichtung. Und für korrektive Gegenbewegung, da haben wir doch unser klassisches Zielniveau, wo der Kurs dann hingehen sollte. Deshalb, wir haben von oben bis unten gemessen. Und jetzt haben wir daraus eine ganz schicke Geschichte, die wir daraus ableiten können. Nämlich, normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass diese Bewegung wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Pause macht und anschließend weiter nach unten geht. Das ist jetzt so ziemlich das, was ich erwarte. Das nähert sich jetzt quasi daran, also an dieses Szenario, was wir hier haben, Double Sideways genannt, womit wir dann eine Idee haben, wie es dann in etwa, wo es hingeht. Und ab dann müsste es eigentlich im Umfeld dieser Marke hier nach oben gehen. Also das wäre hier dann die positive Ausrichtung, wenn er da unten ist, dann von dort aus nach oben. Aber ihr seht schon, dann müsste er nochmal ein bisschen eine Gegenbewegung machen. Und diese Gegenbewegung ist typischerweise, nichts in der Welt ist immer exakt typisch. Aber es ist eine Orientierungshilfe, wenn es darum geht. Ihr sagt aber ungefähr. Nee, so ungefähr will ich mal wissen, was Sache ist. Dafür wäre das eben interessant, dass der Kurs in diese blaue Kiste hier eben reinläuft. Das ist meine Erwartungshaltung. Macht er das, wäre dann die nächste Wende wieder fällig und die geht dann eben nach unten. Also Voraussetzung aktuell wäre oder Vorschlag wäre sozusagen, dass wir jetzt hier irgendwie sowas hier bekommen, vielleicht nochmal in diese Richtung hoch. Dann hätten wir hier unser Mittelteil, unsere Pause ABC und danach geht es hier wieder runter. Warum ABC? Naja, Pausen sind gerne dreiwellig. Das kann man manchmal besser erkennen. ABC, manchmal kann man es nicht so gut erkennen, ist hier ein bisschen doof, weil es ein bisschen höher ist. Aber daran wollen wir uns jetzt nicht festhalten. Das ist so eine ungefähre Orientierungshilfe. Wenn es dreiwellig ist, ist es zumindest mal bis dahin noch realistisch erstmal eine Korrektur. So, also, fassen wir zusammen. Eigentlich ist jetzt die Erwartungshaltung, komm, lass ich ihn doch nochmal reinlaufen. Wo ist diese Kiste? Knapp 16.000 ungefähr. Ein bisschen drüber, 16.240 irgendwie. Das ist jetzt nicht auf Millimeter genau, es geht nur darum, wo ist das typisch. Gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung, das sieht irgendwie so aus. Also nicht ganz normal verteilt. Einige glauben immer, dass es normal verteilt ist. Das ist es allerdings nicht. Sondern Rücksetzer sind irgendwie so verteilt. Tatsächlich, was viele irritiert ist, dass ein guter Teil des Hügels sozusagen noch unter der blauen Linie ist. Aber ab dort haben wir 50% Wahrscheinlichkeit, dass es bis dahin geht. Und alles, was höher geht, wird dann wieder abnehmend sein. Also insofern hat man ganz gute Voraussetzungen. Hier kann man davon mal ausgehen oder gucken, ob der Kurs hier wendet. So, was haben wir für eine Handlungsanweisung daraus? Entweder er macht hier irgendwie, dass er bis dahin läuft und er zeigt hier irgendwas, ein Wendeanzeichen. Das könnte in dem Fall ein Shooting Star sein. Das ist so eine typische Kerze, kleiner Körper, langer Tail auf der Oberseite. Das könnte auch sein, wenn ihr ein Indikatorenmodell hat für eine Wende. Es kann sein, dass er hier einfach dann anfängt, im kleinen Schub runter wackele ich hoch. Das sind alles so kleine Indikationen. Im Zweifelsfall gilt natürlich immer, wenn ihr sowas habt, das hier mit Erwartungshaltung, das, was vorne ist, kommt hinten nochmal. Dann habt ihr so in etwa den Einstiegspunkt, habt ihr den Zielpunkt. Das passt ja so halbwegs und Stop eben oben drüber oder ein bisschen drunter unter der Hochmarke, Stichwort 78er Stopmarke. So, also ihr seht, es ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein ganz gutes Zeichen, aber wir müssen noch damit rechnen. Es ist eigentlich noch nicht aufgeräumt, solange der Kurs nicht da unten war. Ist es jetzt Pflicht, dass der Kurs da runter muss? Naja, mit Pflicht ist immer so eine Sache an der Börse. Das ist natürlich keine Pflicht, aber es wäre eben so typisch, dass ihr nicht sagen könnt, nee, das passiert nicht. Ihr müsst damit rechnen, dass das eben passiert. Was wäre jetzt das Schönste, was passieren könnte aus bullischer Sicht? Dass der Kurs hochläuft, möglichst weit hochläuft, anschließend eine Pause macht und diese Pause erwarten lässt, dass dieser Teil, ja wieder projiziert wird auf die Oberseite, dass wir jenseits der blauen Box sind oder je nachdem, wie das gestaltet ist, vielleicht sogar jenseits der 78er Marke. Denn wenn wir da drüber sind, das ist bei 16.350 in etwa, dann ist statistisch gesehen der Rücksetzer immer noch möglich, aber relativ wenig wahrscheinlich. Relativ wenig wahrscheinlich, wichtig, heißt nicht unmöglich, überhaupt nicht. Das passiert regelmäßig, aber eben weniger, deutlich weniger häufig und deshalb wäre das ein ganz gutes Zeichen, wenn das passiert. Im Moment halte ich das für nicht die schönste Variante, denn wenn ich mir den Anstieg von heute hier mal angucke, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir sind hier irgendwie so unterwegs hier gewesen, jetzt kriegen wir hier vielleicht die A, B, C. Das heißt für alle Nachmittagsfreunde, vielleicht ergibt sich daraus nochmal eine Fortsetzung und dann landen wir ungefähr da, wo wir wollten, nämlich 16.100. Bisschen höher und das ist genau da, wo wir ihn hinhaben wollten. Also so ein Szenario halte ich für relativ realistisch, wäre sehr typisch und dementsprechend was, was ich gerne sehen würde, denn das kann man ganz gut handeln. Also ein Tipp, nachdem wir das haben, warte drauf, dass der Kurs vielleicht nochmal so runter geht. Dann haben wir hier A, B, C, haben wir die starke Richtung hier, dann ist das der Trigger für die Long-Seite. Interessanterweise hatte vor kurzem jemand gesagt, hier zu den Videos, ja, gestern habt ihr doch gesagt, ihr wollt Long gehen. Ja, das ist aber immer nur, wenn er das Ganze auch triggert. Er muss es dann auch machen. Meine ganze Long-Idee ist hinfällig, wenn er da runter geht. Dann werde ich hier eh nicht getriggert. Das heißt, es ist ein Angebot. Ihr müsst euch das so vorstellen. Du wolltest am Samstag eine Party machen. Du hast gesagt, es ist nochmal eine Party. Ja, es sei denn, es regnet. Ja, du hast gesagt, du machst eine Party, aber es hat doch geregnet. Ja, 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 ja. Also entschuldige, wenn ich das so sage. Aber tatsächlich ein bisschen im Ernst gemeint, ihr solltet euch nicht festlegen. Ihr solltet das an Bedingungen knüpfen. Und wenn diese Bedingungen nicht eintreten, ja, dann geht ihr da nicht long. Dann macht ihr nicht die Party. Ja, das ist doch klar. Also insofern ist das eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, die er machen muss. Ich brauche hier eine Korrektur und eben den sogenannten Trigger. So, dann gucken wir uns das in Amerika an. Wie sieht es denn da aus, Trigger-mäßig? Vielleicht kriegen wir hier nämlich ebenfalls einen neuen und schönen Trade, denn der Dow ist zwar nicht so tief runtergekommen, wie ich das mir durchaus hätte vorstellen können, hier in diesen blauen Kringel rein. Das hat er sich erspart. Er ist aber immer noch ganz klar korrektiv. Und wenn er jetzt die Zwischenhochs hier, und da sehe ich das Hoch in etwa 35.594, beim Future so ungefähr, oder 95 oder was das ist, oder 600 sogar. Naja, ich müsste jetzt genau gucken. Ah gut, gucken wir halt genau. Das Hoch liegt bei 35.589. Also bei 90 wäre das auf den Future-Kurs gerechnet, der Einstieg. Und wer jetzt sagt, das sieht bei mir aber auf einer anderen Höhe aus, 7. Juni, abends 20 Uhr irgendwie sowas, oder die 20 Uhr, 4 Stunden Kerze, das Hoch, was wir da haben. Da haben wir nicht so viele hoch, sondern die Uhrzeit. Das wäre ein möglicher Trigger. Warum? Dann hätten wir diesen Anstieg, dann hätten wir diesen Rücksetzer, und dann wäre diese Korrektur möglicherweise zu Ende. Das ist kein Beweis. Aber es ist eine echte Chance, dass es zu Ende ist. Und mit der echten Chance, dass wir uns dann weiter nach oben absetzen, und der Kurs sich weiter fortsetzt, dann sind wir nämlich immer noch quasi, also dieser Einstieg, der ist quasi exakt der gleiche wie dieser Einstieg hier. Und dann sagt, ja, aber dann wie dieser Einstieg hier. So ist dieser Einstieg. Wir haben keine Garantie, dass es kilometerweit läuft. Aber da diese Korrekturen alle immer kleiner werden sind, ist eine Chance da, dass es noch ein gutes Stück weiter nach oben geht. Dafür müsste er aber erst diese eine Marke, die ich eben angesprochen habe, triggern. Geht er nach unten weg? Dann gehen wir natürlich nicht long, hat er aber auch nicht getriggert, gibt es keinen Grund zum Ärger. Also es ist denkbar, dass er noch mal tiefer geht, im einfachen Trendkanal noch mal weiter runter wackelt. Solange er nicht unter diese unteren Marken geht, ich sage mal 34.800 unterschreitet, bin ich noch okay. Besser, er geht nicht so tief, aber bis dahin, ja, meine Güte, dann soll es halt so sein. Dann ist es so. Eine Alternative, insbesondere für euch Intraday-Händler, das muss ich ja auch noch dazu sagen, dieses Update am Nachmittag, was ich euch immer gebe, das gibt natürlich nicht jeden Tag, wenn ich da mal einen Long empfehle, oder empfehlen tue ich gar nichts, aber eine Long-Richtung-Bevorzug oder eine Short-Richtung hat das mit dem übergeordneten zwangsweise erstmal ja noch nichts zu tun, sondern für den Nachmittag eben. So, und da sehe ich jetzt zum Beispiel beim Dow Jones im 15-Minuten-Chart, dass wir hier einen relativ starken Anstieg hatten und wer sich jetzt hier wundert, ihr dürft eins nicht vergessen, hier war nachts. Da hatte keiner irgendwie Bock was zu tun, die haben da alle gepennt. Also wundert euch nicht, dass er sich hier in die Länge gezogen hat. Ja, also wenn ihr hier von der Uhrzeit guckt, das ist 22.15 Uhr, da hat dann die Börse, war dann nachbörslich zu Ende sozusagen, also nicht nachbörslich, aber war dann eben vorbei. Und hier war morgens um 9 Uhr, da haben dann die Europäer gesagt, ist was passiert, wollen wir mal loslegen, irgendwie was in der Richtung. Alles, was da dazwischen ist, ist, ja, was machen wir denn jetzt noch, wir haben noch vier Stunden Zeit, bevor was passiert. Also Zeit totschlagen. So, alles zusammengefasst, ist das hier mehr oder weniger eine starke Aufwärtsbewegung. Jetzt bräuchten wir eine schwache Abwärtsbewegung. die idealerweise dann noch irgendwie korrektiv aussehen sollte. Korrektiv, wir erinnern uns, ist dreiwellig, A, B, C, dann würde sich im Prinzip das Gleiche, was wir da haben, hier die Einstiegschance ergeben, dass wir von dort aus, also an der Stelle, dann einen Long-Einstieg auch nochmal für die kürzerfristig Orientierten haben. Nochmal als Hinweis, der Rücksetzer, tiefster Punkt, höchster Punkt, in die blaue Kiste rein. Und da ist jetzt nochmal so ein bisschen ein Punkt, den man mit besprechen muss. Mensch, gut, Digga, sag mal, ist das nicht schon korrektiv? Ja, also es sieht auf jeden Fall nicht impulsiv aus. Aber, es ist mir ehrlich gesagt eine Stufe zu wenig Korrektur. Wir sind gerade mal hier oben hingekommen, das ist ausreichend. Aber die Chance, dass es noch einmal tiefer geht, ist ungefähr genauso groß, wie dass es jetzt weitergeht, wenn das jetzt hier die Korrektur ist. Das Szenario würde dann bedeuten, dass wir irgendwie wackelig hochkommen und nochmal runter. Wir hätten eine Seitwärtskorrektur und anschließend geht es dann nach oben. Und dann ist natürlich ein Einstieg, den wir dann jetzt hier hätten, irgendwo nicht so gut. Das heißt, ich muss sagen, mir ist das zu windig. Ich will eigentlich, dass er jetzt hier irgendwie sowas macht. Dann kann ich sagen, ja, ja, gut, das hoch ist wieder gut zu erkennen. Das ist so ein bisschen, ja, wenn es nicht regnet, aber guck mal, da hinten sieht es noch dunkel aus. Es kann noch ganz blöden Regen geben. Heute bin ich im Party-Modus. Ich weiß es nicht. Aber ihr versteht, hoffe ich, was ich meine. Aber wenn das so ist, dann sieht man strahlend blau und dann kann man sagen, okay, da an der Stelle ist dann der Long-Einstieg mit Mindesterwartung hier. Diese Mindesterwartung bringt uns aber auch über diesen Punkt, das heißt, ich kann sogar tiefer reingehen, habe also einen günstigeren Einstieg, also noch mehr auf der Gewinnseite zu erwarten, bessere CRVs und so weiter. Also das ist ein Punkt, den ich sehr attraktiv finde. Das gleiche oder ähnliche Bild haben wir beim S&P 500. Auch hier ging es jetzt runter, aber auch hier geht es relativ steil runter im Moment. Unter der Voraussetzung, wir kriegen vielleicht noch sowas, wäre das ein Einstieg. Jetzt blindlings einsteigen von wegen Long. Hier einfach mal Eure Matta auf Verdacht. Ja, das ist ganz schlecht. Also im Dunkeln, volle Nebelbank und dann sagen, so irgendwo müssen wir nach links. Mach mal jetzt einfach. Das ist nicht gut. Tut das nicht. Lasst euch das bestätigen irgendwie. Und das wäre eben so ein typisches Verhaltensmuster. Und wer eben das zu undurchsichtig ist, wer sagt, das sehe ich nicht, dann weglassen. Dann lasst einen Trade weg, dann kommt es auf den dann auch nicht drauf an. Im Großen hat sich nichts verändert. Wir sind immer noch auf der bullischen Seite. Wir sind hier an einer interessanten Unterstützung. Deshalb wäre es doppelt schön, wenn er jetzt dreht. Also wir haben eine relativ gute Chance, dass er jetzt so langsam, aber sicher hochkommt. Das hier wäre ein Angebot, wenn er das jetzt hier irgendwie aufnimmt. Die Aufwärtsseite finde ich nicht schlecht. Hier gefällt mir allerdings das nicht so gut als Trigger. Das liegt einfach daran, dass mir die Abwärtsseite da nicht korrektiv genug erscheint. Das ist beim Dow Jones besser. Und in so einem Fall nehmen wir dann den Markt, der das schönste Bild hat für die Umsetzung. Ein bisschen zweifle ich an meine Idee, wenn ich mir den Nasdaq angucke, zumindest mal was den S&P angeht. Dow Jones ist häufig anders unterwegs als der Nasdaq, aber der S&P ist es doch relativ ähnlich. Und ihr seht, dieser Anstieg, der gefällt mir super. Ich brauche es dreiwellig hier runter. Das war bis vor kurzem hier genauso. Aber nachdem wir jetzt so tief runter sind, wir können es noch mal messen. Jetzt habe ich es nicht genau gemessen, aber es ist winzig daneben gemessen jetzt hier. Wir sind hier durch. Das heißt hier, also bitte jetzt nicht an der Stelle long gehen. Wenn wir durch die 78,6er durch sind, nicht mehr long gehen. Abgesehen davon ist der, die Mindesterwartung ist ja immer das. Aber dann habe ich bis zum Mindestziel das, bis zur Stopp-Seite das. Das macht ja überhaupt keinen schönen Eindruck. Also ich denke, das sollte nachvollziehbar sein, dass die Chance-Risiko-Verhältnis gut ist. Der Nasdaq sieht jetzt nicht gut aus für die longen Seite. Eigentlich würde ich mir von Nasdaqs Stelle aus wünschen, dann mach halt ein tieferes Tief und dann fang nochmal ordentlich hier an. Das ist so ein bisschen, komm, jetzt habe ich mich hier verzeichnet, komm, hol dir ein neues Blatt, fang nochmal frisch an, tieferer Punkt, erste Welle hoch, Korrektur und dann können wir das ganz wunderhübsch auch nochmal machen. Hier hat es jetzt ein bisschen versaut, weil er hier viel zu tief, viel zu dynamisch runtergegangen ist, aber da wäre man ja auch nicht auf die Idee gekommen, long zu gehen, weil es ist nicht korrektiv und getriggert hat er ja schon zweimal nicht. Also zusammengefasst muss man sagen, der Dow Jones gefällt mir mit am besten, der ist auch eigenständig im Gegensatz zu Nasdaq und S&P, die doch sehr, sehr ähnlich verlaufen. Deshalb habe ich den Eindruck, dass beim S&P und insbesondere beim Nasdaq das Ganze noch nicht ganz ausgestanden ist. Für die Längerfristigen unter euch, die es sich in dem Video jetzt bis hierhin durchgeschlagen haben, die müssen sich noch keine Sorgen machen. Wir haben noch keine kritische Marke beim DAX, noch keine kritische Marke beim Dow, die habe ich euch genannt. Wir haben zwar keine kritische Marke beim S&P, aber die Unterstützung gesehen und wir haben eine interessante, durchaus nicht unkritische Marke, irgendwo 15.000, 14.800. Solange wir oberhalb bleiben beim Nasdaq, müssen wir uns keine große Sorgen machen, müssen wir nicht wirklich in Rage geraten, ist die Welt noch in Ordnung. Es tut mir leid, ich glaube, ich habe das hier so klein gelassen für all diejenigen auf den mobilen Geräten. Das war jetzt doof. Nächstes Mal mache ich es wieder groß, aber die genauen Werte musstet ihr hierbei gar nicht ablesen. Es geht darum, dass ihr dieses Verhaltensmuster von diesem Verhaltensmuster unterscheiden könnt und ich denke, das kann man auch auf einer Briefmarke zeichnen. Das kann man erkennen. Ein klares Niveau spielt hier gar keine Rolle. Wer es noch mal zur Orientierung braucht, das letzte Tief hier, 8. August, der Hochpunkt, 9. August, na ja, und die letzten Minuten hier noch mal runter. In diesem Sinne, euch alles Gute, toi, toi, toi bei eurer Umsetzung. Ganz liebe Grüße.